Erik Haiema am Bett Der erste Schnuck heute hat gewaltig gezogen. Da kommt er. Er ist aus dem Wasser gesprungen. Ganz schön. Kommt der ran. Aktion der Route. Sehr gut. Erik versucht zu keschern. Schöner Hecht. Sehr schöner Hecht. Aber selbst mit 40 Jahren Erfahrung angeln, klappt es nicht mit Haiema, den Kescher ins Wasser zu kriegen. Aber im Februar ist er für einen Kescherkurs angemeldet. Wunderbar. Erik Haiema, erster Hecht heute. Wunderbar.